This video is sponsored by Lingoda. Take live online German lessons with native speakers whenever you want. Click the link in the description and get started learning German with Lingoda today. Ich habe den Flug gebucht, den ich in ein paar Tagen nach Deutschland nehmen werde. Jetzt muss ich meine Koffer packen. Es gibt verschiedene Methoden, mit denen man seine Koffer packen kann. Aber ich zeige euch heute meine Methode. Mit dieser Methode kann man sehr viele Kleidungsstücke in einen Koffer packen. Zuerst muss man entscheiden, was man mitbringen muss und was man zu Hause lassen kann. In diesem Fall lasse ich all meine Sachen zu Hause, die ich nicht wirklich brauche. Ich packe keine Sachen ein, die ich irgendwann in Deutschland kaufen muss. Shampoo und Hygieneartikel brauche ich nicht, denn ich kann sie in Deutschland kaufen und ich brauche den Platz im Koffer für Kleidung. Rasiere, Rasiercreme, Rasierapparat, Deo, Zahnbürste und Zahnpaste lasse ich zu Hause. Diese Sachen kann ich auch in Deutschland kaufen. Ich packe auch keine Bücher ein. Ich kann etwas auf meinem Handy lesen oder ein Buch in Deutschland kaufen, wenn ich etwas zum Lesen brauche. Da ich nicht zurückkommen werde, werde ich viel Gepäck haben. Ich brauche Kleidung nicht nur für diese Jahreszeit, sondern auch für die anderen Jahreszeiten. Ich nehme einen großen Koffer, den ich mit Kleidung für den Winter und den Herbst vollpacke, einen kleinen Koffer, den ich mit Kleidung für den Frühling und den Sommer vollpacke und einen Rücksack, den ich als Handgepäck benutze. Ich werde meinen Mantel, der zu groß für meinen großen Koffer ist, während des Fluges tragen. Ich rolle meine Kleidung, um mehr Kleidung in den Koffer zu kriegen. Kleidung, die man rollt, nimmt weniger Platz weg als Kleidung, die man faltet. Gerollte Kleidungsstücke werden auch nicht so leicht im Reißverschluss eingeklemmt. Manche Leute rollen nur Hosen oder T-Shirts, aber ich rolle alles außer Socken. Ich fange mit meinen Hosen an. Zuerst falte ich die Hose, die ich einpacken möchte. Dann rolle ich sie von der Mitte in Richtung Hosenbund. Ich staple die Hose im unteren Teil des Koffers. Ich lege alle Kleidungsstücke, die am schwersten sind, in den unteren Teil des Koffers. Das betrifft Kapuzenpullover, Sweaters und so weiter. T-Shirts sind in der Mitte. Unterwäsche lege ich in den oberen Teil des Koffers. Wenn ich immer noch Platz habe, werde ich auch Schuhe einpacken. Wenn ich Platz sparen muss, stopfe ich meine Socken in die Schuhe. Das ist besonders gut für die Schuhe, deren Form wichtig für dich ist. Wenn sie gequetscht werden, werden sie die Form besser halten, wenn die Socken darin sind. Socken, die nicht schon in Schuhen sind, packe ich in die größeren von den zwei Taschen, die an der Außenseite des Koffers sind. Da ich meine Koffer nicht verlieren möchte, hänge ich einen Kofferanhänger an den Kofferhandgriff. Mein Anhänger hat einen Itchyfeet-Comic darauf, den ich als Dankeschön von der Kickstarter-Kampagne für das Itchyfeet-Travel-Game bekommen habe. Ich habe meinen Namen, meine Adresse in den USA und meine Handynummer darauf geschrieben. Wenn die Fluglinie mein Gepäck verliert, können sie es leichter identifizieren, da ich diesen Anhänger dran habe. In meinem Rücksack, den ich als Handgepäck mitbringe, habe ich Kleidung, die ich anziehen kann, wenn die Fluglinie meine anderen Koffer verliert. Ich habe auch Snacks, die mir besser als Flugzeug-Essen schmecken. Ich habe auch meinen Laptop, den ich für diese Videos brauche, und auch die Kabel dazu. Da ich diese Videos auch dort drehen möchte, nehme ich auch eine Kamera, ein Stativ und anderes Zubehör, das ich dafür brauche. Jetzt habe ich alles gepackt und bin bereit, nach Deutschland zu fliegen. Mein Flug geht in vier Stunden. Deshalb fahre ich bald zum Flughafen. Meine Mutter fährt mit, denn ich kann mein Auto nicht sechs Monate im Parkhaus lassen. Für einen internationalen Flug soll man drei Stunden vor dem Abflug im Flughafen sein. In St. Louis muss man nicht so früh da sein, da es dort nicht so viele Flüge gibt. Eine Stunde genügt, aber ich werde anderthalb Stunden vorher da sein. Wenn ihr online deutschsprachige Unterrichtsstunden sucht, solltet ihr bei Lingoda vorbeischauen. Ihre Lehrer sind Muttersprachler und ihre Lektionen sind fantastisch. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. Hier sind ein paar Links, wenn ihr Langeweile habt, klickt sie an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! shells Bis zum nächsten Mal.